Lektion 1. Herzlichen Glückwunsch zum Job. Ich habe tolle Neuigkeiten, Anna. Ich habe die Beförderung bekommen. Herzlichen Glückwunsch, John. Das ist fantastisch. Danke, Anna. Ich freue mich sehr darüber. Ich bin nicht überrascht. Du hast so hart dafür gearbeitet. Ja, es fühlt sich toll an zu sehen, wie sich meine Bemühungen auszahlen. Du hast es verdient, John. Gut gemacht. Danke, Anna. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Ich freue mich für dich, John. Das ist eine große Leistung. Das ist es definitiv. Ich bin dankbar für die Gelegenheit. Du solltest stolz auf dich sein, John. Macht weiter mit der guten Arbeit. Danke, Anna. Ich werde weiterhin mein Bestes geben. Lektion 2. Transportemissionen Anna, wusstest du, dass Transportemissionen einen erheblichen Beitrag zur Luftverschmutzung leisten? Ja, dessen bin ich mir bewusst, John. Das ist ein dringendes Problem. In der Tat ist es wichtig, dass wir Wege finden, um diese Emissionen zu reduzieren. Eine Idee besteht darin, den öffentlichen Verkehr und Fahrgemeinschaften zu fördern. Das ist ein toller Vorschlag. Das würde helfen, die Anzahl der Autos auf der Straße zu verringern. Darüber hinaus kann auch die Unterstützung der Fahrradnutzung und des Gens einen Unterschied machen. Ich stimme zu. Die Förderung aktiver Verkehrsmittel kommt sowohl der Umwelt als auch unserer Gesundheit zugute. Eine andere Idee besteht darin, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen zu minimieren. Ja, Elektroautos haben geringere Emissionen und sind energieeffizienter. Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen können wir eine grünere und gesündere Gemeinschaft schaffen. Absolut, John. Es ist wichtig, dass wir Maßnahmen ergreifen, um die Transportemissionen zu verringern. Lektion 3. Heiß hier. Anna, es ist wirklich heiß hier drin. Stimmt etwas mit der Klimaanlage nicht? Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, John. Wir haben ein Problem mit dem System. Das ist bedauerlich. Gibt es eine geschätzte Zeit, bis das Problem behoben ist? Wir arbeiten daran, John. Hoffentlich wird es bald gelöst. In Ordnung, ich verstehe. Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Danke für dein Angebot, John. Wir haben Techniker, die daran arbeiten, also sollte es in Ordnung sein. Okay, ich werde geduldig sein. Lass mich wissen, ob es irgendwelche Updates gibt. Das werde ich tun, John. Das weiß ich für Ihr Verständnis zu schätzen. Kein Problem, Anna. Ich weiß, dass solche Dinge manchmal passieren. Danke für deine Kooperation, John. Wir werden es so schnell wie möglich reparieren lassen. Lektion 4. Traumurlaub Anna, ich wollte schon immer Japan besuchen. Es ist mein Traumurlaub. Das klingt fantastisch, John. Japan ist bekannt für seine reiche Kultur und seine schönen Sehenswürdigkeiten. Ja, ich bin fasziniert von den Traditionen, Tempeln und den Kirschblüten. Ich verstehe warum. Japan bietet eine einzigartige Mischung aus alten und modernen Attraktionen. Absolut. Ich würde gerne Tokio erkunden und historische Städten wie Kyoto besuchen. Du solltest diesen Traum auf jeden Fall Wirklichkeit werden lassen, John. Das wäre ein unvergessliches Erlebnis. Das hoffe ich, Anna. Ich fange an zu sparen und dafür zu planen. Das ist eine tolle Idee. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Reisetipps oder Empfehlungen benötigen. Danke, Anna. Ich schätze Ihre Unterstützung und Ihren Rat. Gern geschehen, John. Ich hoffe, du kannst bald deinen Traumurlaub genießen. Lektion 5. Ausfüllen des Formulars Okay, Anna, ich muss dieses Formular ausfüllen. Kannst du mir dabei helfen? Sicher, John. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Wobei brauchst du Hilfe? Bei einigen Abschnitten bin ich mir nicht sicher. Kannst du sie für mich klären? Natürlich, John. Gehen wir das Formular Schritt für Schritt durch. Erstens. Was bedeutet Name und Nachname? Name bezieht sich auf Ihren Vornamen, während Nachname Ihr Familien- oder Nachname ist. Ich verstehe. Und was ist mit dem Abschnitt, der nach meiner Adresse fragt? Dort geben Sie die Details Ihres aktuellen Wohnsitzes an. Okay, ich hab's. Danke für die Erklärung, Anna. Gern geschehen, John. Brauchst du noch etwas anderes, bei dem du Hilfe brauchst? Nein, ich glaube, ich verstehe es jetzt besser. Danke für deine Hilfe. Kein Problem, John. Falls du weitere Fragen hast, kannst du sie gerne stellen. Lektion 6. Gymnastikübungen Welche Übungen machst du normalerweise im Fitnessstudio? Ich konzentriere mich auf eine Kombination aus Cardio und Krafttraining. Das ist ein großartiger Ansatz. Cardio hilft bei der Ausdauer und Krafttraining baut Muskeln auf. Exakt. Normalerweise beginne ich mit etwas Zeit, auf dem Laufband oder dem Crosstrainer für Cardio. Cardio ist wichtig für die Herzgesundheit und das Verbrennen von Kalorien. Danach gehe ich zu Gewichtheberübungen über, um an verschiedenen Muskelgruppen zu arbeiten. Gewichtheben hilft, den Körper zu straffen und zu stärken. Ja, es ist wichtig für den Aufbau fettfreier Muskelmasse. Hast du irgendwelche Lieblingsübungen? Ich mache gerne Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken. Das sind hervorragende Verbundübungen, die auf mehrere Muskelgruppen abzielen. Sie tragen auch dazu bei, die allgemeine Festigkeit und Stabilität zu verbessern. Ich sollte versuchen, mehr Gewichtheben in meine Routine zu integrieren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Denken Sie daran, mit leichteren Gewichten zu beginnen und die Intensität schrittweise zu erhöhen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Danke, dass du deine Trainingsroutine geteilt hast, Anna. Lektion 7 – Reichhaltiges Kulturerbe Wow, das sind drei Länder mit einem reichen kulturellen Erbe. Was war dein Favorit? Es ist schwer, nur eine auszuwählen, aber ich war fasziniert von den kulturellen Traditionen in Indien. Indien hat eine vielfältige und lebendige Kultur. Welche Aspekte sind dir aufgefallen? Die farbenfrohen Feste und traditionellen Tänze wie Barat Anadyam waren faszinierend. Ich habe vom Holi-Festival und den schönen Saris gehört, die während der Feierlichkeiten getragen werden. Ja, Holi ist ein fröhliches Fest der Farben. Und die Saris sind in der Tat elegant und anmutig. Was ist mit dem kulturellen Erbe Japans und Griechenlands? Japans T-Zeremonien und traditionelle Künste wie Kalligrafie und Blumenarrangement waren faszinierend. Ich war schon immer fasziniert von der Präzision und Liebe zum Detail in der japanischen Kultur. Und in Griechenland haben mich die antiken Ruinen und die Mythologie fasziniert. Die Akropolis war atemberaubend. Griechenland ist bekannt für seine Beiträge zu Kunst, Philosophie und Architektur. Ich schätze den Reichtum und die Vielfalt unseres Weltkulturerbes. Lektion 8 In einem Restaurant bestellen Guten Morgen! Hast du dich entschieden, was du heute bestellen möchtest? Ja, ich nehme den Hühnchen Cäsar-Salat, bitte. Eine hervorragende Wahl! Ich nehme den gegrillten Lachs mit gedünstetem Gemüse. Klingt köstlich. Ich habe Lust auf etwas Leichtes und Erfrischendes. Der Hühnchen Cäsar-Salat ist dafür eine großartige Option. Und der gegrillte Lachs ist eine gesunde und geschmackvolle Wahl. Ich stimme zu. Es ist immer gut, achtsame Entscheidungen zu treffen, wenn man auswärts ist. Absolut! Wir können ein leckeres Essen genießen und gleichzeitig auf unsere Gesundheit achten. Ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind, wenn es darum geht, gesunde Entscheidungen zu treffen. Es ist wichtig, auf unseren Körper aufzupassen und bewusste Entscheidungen zu treffen. In der Tat. Lass uns unsere Bestellung aufgeben und unser Essen genießen. Lektion 9 – Tolle Angebote finden Ich habe versucht, ein gutes Angebot für einen neuen Laptop zu finden. Irgendwelche Vorschläge? Ich stimme zu. Es ist wie eine Schatzsuche, um die besten Preise zu finden. Ich habe bei Online-Händlern nachgeschaut, aber es gibt so viele Möglichkeiten. Haben Sie darüber nachgedacht, Preise auf verschiedenen Websites zu vergleichen? Das ist eine gute Idee. Ich werde sicherstellen, dass ich einige Preisvergleiche anstelle. Sie können sich auch für Newsletter oder Benachrichtigungen von Einzelhändlern anmelden, um über deren Verkäufe auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist eine clevere Methode, um über Rabatte oder Sonderangebote auf dem Laufenden zu bleiben. Eine andere Möglichkeit besteht darin, auf besondere Anlässe wie Black Friday oder Cyber Monday zu warten. Ja, das sind beliebte Zeiten für tolle Angebote und Rabatte. Denken Sie daran, Ihre Nachforschungen anzustellen und die Bewertungen zu lesen, bevor Sie einen Kauf tätigen. Das ist wichtig, um die Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts sicherzustellen. Absolut. Viel Glück bei der Suche nach dem perfekten Laptop zu einem günstigen Preis. Lektion 10 – Historische Seiten erkunden Ich wollte schon immer historische Städten erkunden. Welche Optionen empfehlen Sie? Es gibt so viele faszinierende historische Städten auf der ganzen Welt. Ich interessiere mich besonders für alte Zivilisationen und ihre Ruinen. Sie sollten einen Besuch von Machu Picchu in Peru in Betracht ziehen. Es ist eine unglaubliche Inka-Städte. Machu Picchu stand schon immer auf meiner Bucketlist. Die Architektur ist bemerkenswert. Eine weitere Option ist Petra in Jordanien. Es ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Ich habe Bilder von Petra gesehen und es sieht atemberaubend aus. Und wenn Sie sich für das antike Rom interessieren, sind das Colosseum und das Forum Romanum ein Muss. Ich bin fasziniert von der römischen Geschichte, daher steht das definitiv auf meiner Liste. Schließlich ist die chinesische Mauer eine ikonische historische Lektion 10 – Historische Seiten erkunden. Ich wollte schon immer historische Städten erkunden. Welche Optionen empfehlen Sie? Es gibt so viele faszinierende historische Städten auf der ganzen Welt. Ich interessiere mich besonders für alte Zivilisationen und ihre Ruinen. Sie sollten einen Besuch von Machu Picchu in Peru in Betracht ziehen. Es ist eine unglaubliche Inka-Städte. Machu Picchu stand schon immer auf meiner Bucketlist. Die Architektur ist bemerkenswert. Eine weitere Option ist Petra in Jordanien. Es ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Ich habe Bilder von Petra gesehen und es sieht atemberaubend aus. Und wenn Sie sich für das antike Rom interessieren, sind das Colosseum und das Forum Romanum ein Muss. Ich bin fasziniert von der römischen Geschichte, daher steht das definitiv auf meiner Liste. Schließlich ist die chinesische Mauer ein ikonisches historisches Denkmal, das sich über Tausende von Meilen erstreckt. Die chinesische Mauer ist ein Beweis für menschlichen Einfallsreichtum und Durchhaltevermögen. Es ist wirklich beeindruckend, diese historischen Städten aus erster Hand zu erleben. Ich kann es kaum erwarten, mich auf diese Erkundungen zu begeben und in die Geschichte einzutauchen. Es wird zweifellos eine bereichernde Erfahrung sein. Lektion 11 Lebensmitteleinkauf Brauchen wir etwas Spezielles aus dem Supermarkt? Nur das Nötigste wie Salat und Tomaten. Ich denke, wir sind in den meisten Dingen gut, aber wir könnten frisches Brot gebrauchen. Klar, ich füge es der Liste hinzu. Sonst noch etwas? Oh, uns geht die Milch aus. Kannst du dir einen Karton schnappen? Natürlich steht auch Milch auf der Liste. Sonst noch etwas? Nun, wir könnten auch ein paar Eier gebrauchen. Wir sind fast draußen. Eier, ich hab's. Sonst noch etwas? HMM, mir fällt gerade nichts anderes ein. Aber wenn ich das tue, lasse ich es dich wissen. Klingt gut. Ich erkundige mich bei dir, bevor ich in den Laden gehe. Perfekt. Danke, dass du dich um den Einkauf gekümmert hast, John. Kein Problem, Anna. Es ist mir eine Freude, zu helfen. Lektion 12 Erläuterung der zu erbringenden Leistungen Um es für Sie deutlicher zu machen, fügen wir dem Projektplan einige spezifische Ergebnisse und Termine hinzu. Das ist eine tolle Idee, John. Das wird uns helfen, auf Kurs zu bleiben und sicherzustellen, dass jeder weiß, was erwartet wird. Exakt. Für den ersten Meilenstein müssen wir also die Forschungsphase bis Ende nächster Woche abschließen. Einverstanden. Und für den zweiten Meilenstein sollten wir uns zum Ziel setzen, die ersten Entwürfe bis zur darauffolgenden Woche fertig zu haben. Das klingt vernünftig. Und bis zum dritten Meilenstein benötigen wir einen funktionierenden Prototyp, den wir testen können. Ja, und wir sollten vor der endgültigen Lieferung genügend Zeit für Tests und Feedback einplanen. Absolut. Stellen wir sicher, dass wir regelmäßige Fortschrittsaktualisierungen und Check-ins anbieten, um alle auf dem Laufenden zu halten. Ja, Kommunikation ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Projekt. Wir sollten auch alle Änderungen oder Aktualisierungen der zu erbringenden Leistungen dokumentieren. Guter Punkt. Auf diese Weise haben wir eine klare Aufzeichnung darüber, was vereinbart wurde und welche Änderungen im Laufe der Zeit vorgenommen wurden. Lektion 13 – Schnäppchen finden Ich habe gehört, dass der lokale Markt einige tolle Schnäppchen bietet. Wir sollten es überprüfen. Das klingt nach einer großartigen Idee, John. Ich bin immer bereit, gute Angebote zu finden. Sie haben frische Produkte zu niedrigen Preisen. Wir könnten dort unser Obst und Gemüse kaufen. Das wäre fantastisch. Es ist immer schön, frische und erschwingliche Optionen zu haben. Und ich habe gehört, dass Sie auch eine Vielzahl von Grundnahrungsmitteln und Haushaltsartikeln zu ermäßigten Preisen anbieten. Das ist sogar noch besser. Das würde uns etwas Geld für unsere regulären Lebensmittelkosten sparen. Klingt nach einem Plan, John. Darauf freue ich mich schon. Wir können uns mit dem Nötigsten eindecken und die Schnäppchen erkunden. Lektion 14 Abschalten für Wohlbefinden Ich habe gelesen, dass es für unser Wohlbefinden notwendig ist, sich von der Technologie zu trennen. Ich stimme zu, John. Ständige Bildschirmzeit und Benachrichtigungen können überwältigend sein. Es ist wichtig, Pausen von unseren Geräten einzuliegen und Aktivitäten nachzugehen, die uns helfen, uns zu entspannen und neue Energie zu tanken. Absolut. Wir sollten uns jeden Tag etwas Zeit nehmen, um abzuschalten und etwas zu tun, das uns Spaß macht, wie Lesen oder Spazieren gehen. Es ist auch eine gute Idee, in unseren Häusern, zum Beispiel im Schlafzimmer, technikfreie Zonen einzurichten, um einen besseren Schlaf zu fördern. Ja, ein ausgewiesener Raum zum Entspannen und Schlafen kann unser allgemeines Wohlbefinden verbessern. Und ermutigen wir uns gegenseitig, unsere Bildschirmzeit zu begrenzen und achtsamer auf unseren Technologieeinsatz zu achten. Das ist ein toller Plan, John. Wir können uns gegenseitig dabei unterstützen, ein gesünderes Gleichgewicht zwischen der digitalen Welt und unserem Privatleben herzustellen. Lektion 15 Sanitäranlagen Haben alle Zimmer im Hotel duschen? Ja, alle Zimmer haben duschen, aber einige von ihnen haben auch Badewannen. Das ist gut zu wissen. Ich dusche lieber als baden. Das Gleiche hier. Duschen sind bequemer und zeitsparender. Absolut. Außerdem eignen sie sich hervorragend für eine schnelle Erfrischung nach einem langen Tag. Auf jeden Fall. Und die Möglichkeit einer Badewanne zu haben, ist ideal für diejenigen, die gerne ein entspannendes Bad nehmen. Das stimmt. Es ist gut, eine Auswahl zu haben, die auf unterschiedliche Vorlieben zugeschnitten ist. Einverstanden. Es ist immer eine gute Idee, die Ausstattung der Zimmer zu überprüfen, bevor sie eine Reservierung vornehmen. Auf jeden Fall. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass die Einrichtungen unseren spezifischen Bedürfnissen und Präferenzen entsprechen. Lektion 16 Medikamente in der Originalverpackung aufbewahren Anna, es ist wichtig, dass du deine Medikamente in der Originalverpackung aufbewahrst. John, dem stimme ich voll und ganz zu. Es hilft, die richtige Identifizierung und Dosierung sicherzustellen. Anna, die Aufbewahrung von Medikamenten in der Originalverpackung bietet auch wichtige Informationen über mögliche Nebenwirkungen und Verfallsdaten. John, es ist wichtig, die bereitgestellten Anweisungen zu befolgen und keine Medikamente aus verschiedenen Verpackungen zu mischen. Anna, die Aufbewahrung von Medikamenten in der Originalverpackung kann sie auch vor Licht, Feuchtigkeit und Luft schützen. John, auf diese Weise können wir die Wirksamkeit des Medikaments aufrechterhalten und das Kontaminationsrisiko verringern. Anna, machen wir es uns zur Gewohnheit, unsere Medikamente zu unserer eigenen Sicherheit und unserem Wohlbefinden immer in der Originalverpackung aufzubewahren. Lektion 17 Einen neuen Satz von Gegenständen in Betracht ziehen Anna, das ist eine tolle Idee. Was brauchst du? John, ich denke darüber nach, mir ein neues Set an Küchenutensilien und Kochgeschirr zu besorgen. Anna, Investitionen in hochwertige Küchenutensilien und Kochgeschirr können unser Kocherlebnis erheblich verbessern. John, ich stimme zu. Es ist wichtig, zuverlässige Werkzeuge zu haben, die das Kochen einfacher und angenehmer machen. Anna, lass uns nach verschiedenen Optionen suchen und die Materialien, die Haltbarkeit und die Funktionalität der von uns ausgewählten Artikel berücksichtigen. John, wir sollten auch ein Budget festlegen und die Artikel priorisieren, die wir am dringendsten benötigen. Anna, lass uns eine Liste erstellen und sicherstellen, dass das neue Set unseren Anforderungen entspricht und unsere kulinarischen Bemühungen verbessert. Lektion 18 Wählen Sie eine Wohnung mit natürlichem Licht. Anna, ich hätte gerne ein Apartment mit zwei Schlafzimmern und viel natürlichem Licht. John, viel natürliches Licht kann ein angenehmes und einladendes Wohnumfeld schaffen. Anna, es ist wichtig, die Ausrichtung und das Layout der Wohnung zu berücksichtigen, um das natürliche Licht zu maximieren. John, wir sollten auch auf die Größe und Platzierung der Fenster in jedem Raum achten. Anna, eine Wohnung mit viel natürlichem Licht kann sich positiv auf unsere Stimmung, Produktivität und unser allgemeines Wohlbefinden auswirken. John, lassen Sie uns Wohnungen den Vorzug geben, die viel natürliches Licht bieten und eine helle und luftige Atmosphäre schaffen. Anna, das ist fantastisch! Konzentrieren wir uns bei der Wohnungssuche auf Orte, die alle unsere Anforderungen erfüllen. Lektion 19 Besprechen spezifischer Anforderungen Anna, hattest du irgendwelche speziellen Anforderungen im Sinn? John, ja, ich suche eine Wohnung mit Balkon und Fitnessstudio im Gebäude. Anna, ein Balkon kann Platz für Entspannung und frische Luft bieten. John, ein Fitnessstudio im Gebäude wäre praktisch und würde einen aktiven Lebensstil fördern. Anna, lass uns eine Liste unserer spezifischen Anforderungen erstellen und sie als Kriterien bei der Wohnungssuche verwenden. John, auf diese Weise können wir sicherstellen, dass die Wohnung unseren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht. Anna, lassen Sie uns dem Immobilienmakler unsere Anforderungen klar mitteilen, um die perfekte Wohnung zu finden. Lektion 20 Standorte berücksichtigen Anna, das klingt reizend. Haben Sie irgendwelche bestimmten Orte im Sinn? John, ich denke über Gebiete mit guter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Annehmlichkeiten wie Parks und Lebensmittelgeschäfte nach. Anna, es ist wichtig, einen Ort zu wählen, der zu unserem Lebensstil passt und Komfort bietet. John, wir sollten auch die Nähe zur Arbeit, zu Schulen und anderen Orten, die wir häufig besuchen, in Betracht ziehen. Anna, lass uns verschiedene Stadtteile untersuchen und ihre Eignung anhand unserer Präferenzen und Bedürfnisse bewerten. John, wenn wir die Standorte sorgfältig abwägen, können wir eine Wohnung finden, die sowohl Komfort als auch Bequemlichkeit bietet. Anna, lass uns verschiedene Bereiche erkunden und einen Standort wählen, der unseren Anforderungen und Vorlieben entspricht. Das ist praktisch. Ich werde sie mir auf jeden Fall ansehen. Sind Sie erschwinglich? Ja, Sie haben vernünftige Preise. Das ist großartig. Ich bin immer auf der Suche nach erschwinglichen Optionen. Es ist wichtig, Produkte zu finden, die zu Ihrem Budget passen. Absolut. Ich möchte nicht zu viel ausgeben. Deshalb ist es gut, die Preise vor dem Kauf zu vergleichen. Ich stimme zu. Ich recherchiere und vergleiche immer, bevor ich etwas kaufe. Das ist ein kluger Ansatz. Es hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Auf jeden Fall. Ich möchte den besten Wert für mein Geld bekommen. Deshalb verlasse ich mich auch auf Kundenrezensionen. Sie bieten nützliche Einblicke. Ja, Bewertungen geben Ihnen eine Vorstellung von der Qualität und Leistung eines Produkts. Exakt. Es ist, als würde man Empfehlungen von anderen Kunden erhalten. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke für den Tipp. Lektion 22. Treffen um 3. Wir sehen uns um 3. Klar, ich werde pünktlich da sein. Toll. Ich habe etwas Wichtiges mit dir zu besprechen. Ich freue mich darauf. Es geht um das bevorstehende Projekt. Ich bin ganz ohr. Ich möchte so viel wie möglich beitragen. Deshalb schätze ich Ihren Beitrag. Ihre Ideen sind immer wertvoll. Danke, John. Danke für dein Vertrauen in mich. Du bist willkommen. Ich glaube an deine Fähigkeiten. Ich sorge dafür, dass ich mich auf das Treffen vorbereite. Das ist ausgezeichnet. Vorbereitung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Diskussion. Ich stimme zu. Ich sammle alle notwendigen Informationen. Perfekt. Lassen Sie uns dieses Treffen produktiv und effizient gestalten. Ich bin bereit, meinen Beitrag zu leisten und Fortschritte zu machen. Lektion 23. Nach dem Weg fragen. Entschuldigung, können Sie mir helfen, die Bank zu finden? Natürlich. Die Bank ist gleich um die Ecke. Danke. Ich bin neu in diesem Bereich, daher schätze ich Ihre Unterstützung. Kein Problem. Ich helfe gerne weiter. Gibt es Sehenswürdigkeiten in der Nähe der Bank? Ja, es gibt einen großen Supermarkt auf der anderen Straßenseite. Das ist hilfreich. Ich kann es als Bezugspunkt verwenden. Du darfst es nicht verpassen. Es ist ein großes Gebäude mit einem blauen Schild. Perfekt. Ich passe auf den Supermarkt auf. Sobald Sie es sehen, biegen Sie rechts ab und Sie finden die Bank. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Du bist willkommen. Ich hoffe, du findest die Bank leicht. Wir sollten uns auch ein paar Getränke wie Wasser und Limonade holen. Das ist eine gute Idee. Es ist immer gut, hydratisiert zu bleiben. Ich trinke die meiste Zeit lieber Wasser. Wasser ist eine gesunde Wahl. Es ist wichtig, jeden Tag genug Wasser zu trinken. Ich stimme zu. Es ist erfrischend und gut für unsere allgemeine Gesundheit. Wir können uns auch etwas Limonade als Leckerbissen holen. Das stimmt. Es ist schön, ab und zu etwas Sprudelndes zu essen. Denken Sie daran, Limonade in Maßen zu konsumieren. Absolut. Es ist wichtig, sich nicht zu viel mit zuckerhaltigen Getränken zu gönnen. Lassen Sie uns eine Liste aller Artikel erstellen, die wir benötigen, einschließlich Wasser und Soda. Das ist ein guter Plan. Das wird uns helfen, beim Einkaufen organisiert zu bleiben. Einverstanden. Sorgen wir dafür, dass wir alles haben, was wir brauchen. Lektion 25 Ein Problem beheben Das ist großartig. Hast du es geschafft, es zu reparieren? Ja, es war eine einfache Lösung. Ich musste nur ein paar Schrauben festziehen. Manchmal ist die Lösung einfacher, als wir denken. Das stimmt. Es lohnt sich immer, Dinge selbst in Ordnung zu bringen. Das spart Zeit und Geld im Vergleich zum Anrufen eines Fachmanns. Auf jeden Fall. Ich suche und löse Probleme gerne selbst. Das ist eine wertvolle Fähigkeit. Es befähigt uns, eigenständig zu sein. Ich stimme zu. Außerdem ist es befriedigend, etwas selbst zu reparieren. Absolut. Es gibt ein Gefühl der Vollendung. Ich werde das für zukünftige Reparaturen im Hinterkopf behalten. Das ist eine gute Einstellung. Behalte den Geist der Problemlösung bei. Das ist aufregend. Wo willst du hingehen? Ich denke über ein Strandziel wie Bali oder die Malediven nach. Diese Orte haben wunderschöne Strände. Warst du schon einmal an Strandseelen? Ja, ich war auf Hawaii und Thailand. Sie waren unglaublich. Ich wollte schon immer Hawaii besuchen. Wie war deine Erfahrung dort? Es war fantastisch. Die Strände waren makellos und das Wasser war kristallklar. Ich hatte eine tolle Zeit beim Schnorcheln und Sonnenbaden. Das klingt wunderbar. Ich werde Hawaii auf jeden Fall zu meiner Reiseliste hinzufügen. Das solltest du. Das ist ein Paradies auf Erden. Ich kann es kaum erwarten, es selbst zu erleben. Danke für die Empfehlung. Du bist willkommen. Ich bin sicher, du wirst es lieben. Darauf freue ich mich schon sehr. Lektion 27 Einen flexiblen Zahlungsplan anbieten Ich stimme zu, dass es für unsere Kunden von Vorteil sein kann, einen flexiblen Zahlungsplan anzubieten. Auf jeden Fall kann es unsere Produkte für ein breiteres Spektrum von Menschen zugänglicher machen. Wir sollten erwägen, Zahlungsoptionen wie Raten oder Zahlungsaufschub einzuführen. Das würde den Kunden die Flexibilität geben, ihre Finanzen zu verwalten und gleichzeitig unsere Produkte zu kaufen. Es kann auch dazu beitragen, die Kundenzufriedenheit und Loyalität zu erhöhen. Ich stimme zu. Wir sollten die Machbarkeit und die möglichen Auswirkungen der Einführung eines solchen Zahlungsplans analysieren. Auf jeden Fall. Wir können Marktforschung betreiben und die finanziellen Auswirkungen abschätzen. Auf diese Weise können wir eine fundierte Entscheidung treffen und den Zahlungsplan an die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Flexibilität und der Nachhaltigkeit unseres Unternehmens zu finden. Das klingt nach einem Plan. Lassen Sie uns darauf hinarbeiten, eine Zahlungsoption anzubieten, von der sowohl unsere Kunden als auch das Unternehmen profitieren. Lektion 28 Wir verlassen unsere Komfortzonen. Ich stimme zu. Es kann schwierig sein, unsere Komfortzonen zu verlassen. Ja, aber Wachstum und persönliche Entwicklung geschehen oft, wenn wir neue Erfahrungen machen. Es ist wichtig, dass wir uns anstrengen und uns neuen Herausforderungen stellen. Das stimmt. Etwas Neues auszuprobieren kann zu wertvollen Erkenntnissen und Möglichkeiten führen. Es mag sich zunächst unangenehm anfühlen, aber die Belohnungen können erheblich sein. Das Verlassen unserer Komfortzonen kann unsere Fähigkeiten erweitern und unsere Perspektiven erweitern. Exakt. Es hilft uns, uns von Einschränkungen zu befreien und unser Potenzial zu entdecken. Wir sollten uns selbst und andere ermutigen, Wachstum anzunehmen und Unbehagen anzunehmen. Absolut. Unterstützen wir uns gegenseitig dabei, diese mutigen Schritte außerhalb unserer Komfortzone zu unternehmen. Gemeinsam können wir erstaunliche Dinge erreichen, indem wir über das Vertraute hinausgehen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Fordern wir uns selbst heraus und begrüßen wir das Unbekannte. Lektion 29 Ein Einzelzimmer buchen Ich bin's nur, also ein Einzelzimmer, bitte. Ist das aufgefallen? Natürlich habe ich Ihre Präferenz für ein Einzelzimmer notiert. Danke. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Du bist willkommen. Kann ich Ihnen noch mit etwas anderem bezüglich Ihrer Reservierung weiterhelfen? Nein, das ist vorerst alles. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn ich weitere Anfragen habe. Perfekt. Haben Sie einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel? Danke. Darauf freue ich mich. Lektion 30 Den Lebensstil ändern Das ist toll zu hören. Welche Änderungen haben Sie vorgenommen? Nun, ich habe angefangen, regelmäßig Sport zu treiben und mehr Obst und Gemüse in meiner Ernährung aufzunehmen. Das ist ein fantastischer Start. Bewegung und eine gesunde Ernährung können sich positiv auf Ihr allgemeines Wohlbefinden auswirken. Ja, ich habe bereits einen Anstieg meines Energieniveaus und meiner allgemeinen Stimmung festgestellt. Das ist wunderbar. Beständigkeit ist der Schlüssel, wenn es darum geht, dauerhafte Veränderungen vorzunehmen. Absolut. Ich setze mich für einen gesünderen Lebensstil ein. Machen Sie weiter so und denken Sie daran, auf die Bedürfnisse Ihres Körpers zu hören. Das werde ich. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ermutigung. Lektion 31 Die Reiseroute buchen Klingt so, als ob unsere Reiseroute gut zusammenpasst. Jetzt buchen wir unsere Unterkünfte. Einverstanden. Wir sollten vor unserer Reise sicherstellen, dass alles geklärt ist. Ich habe nach einigen Hotels in der Gegend gesucht. Sie haben gute Bewertungen und vernünftige Preise. Das ist großartig. Wir sollten eine wählen, die für unsere Aktivitäten geeignet ist. Ich habe einen gefunden, der perfekt zu sein scheint. Es liegt in der Nähe des Stadtzentrums und bietet einfachen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Hervorragend. Die Lage ist wichtig für uns, um die Stadt bequem erkunden zu können. Ich werde die Verfügbarkeit für unsere Reisedaten überprüfen. Nehmen Sie sich Zeit. Stellen wir sicher, dass wir uns die beste Auktion sichern. Gute Neuigkeiten. Für die Dauer unseres Aufenthalts stehen Zimmer zur Verfügung. Das ist eine Erleichterung. Wir sollten es sofort buchen, bevor Sie ausgehen. Ich werde mit der Reservierung fortfahren. Wir können die Details bestätigen, sobald es erledigt ist. Perfekt. Ich freue mich auf unsere Reise und den Aufenthalt in einem guten Hotel. Ich auch. Es ist wichtig, nach einem erlebnisreichen Tag einen bequemen Ort zum Entspannen zu haben. Ich habe die Buchung abgeschlossen. Wir sind jetzt bereit. Wunderbar. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Kein Problem. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich kann es kaum erwarten, dass unsere Reise beginnt. Ich auch nicht. Das wird ein unglaubliches Abenteuer. In der Tat. Machen wir uns bereit für eine unvergessliche Reise. Lektion 32 Rahmen mit handgemachten Nudeln Rahmen mit handgemachten Nudeln klingt fantastisch. Hattest du welche? Ja, ich habe schon einmal Rahmen mit handgemachten Nudeln gegessen und es war köstlich. Das ist toll zu hören. Ich habe Lust auf eine gute Schüssel Rahmen. Wir sollten ein Restaurant finden, das sich auf handgemachte Nudeln spezialisiert hat. Auf jeden Fall. Die Textur und der Geschmack von frischen Nudeln machen einen großen Unterschied. Ich stimme zu. Es verleiht dem Gericht eine einzigartige Note. Ich habe gehört, dass in der Innenstadt ein neuer Rahmenladen eröffnet wurde. Lass es uns überprüfen. Es ist immer aufregend, neue Restaurants auszuprobieren. Ich werde die Bewertungen nachschlagen und sehen, was die Leute dazu sagen. Gute Idee. Wir sollten sicher gehen, dass es einen Besuch wert ist. Die Bewertungen sind ausgezeichnet. Viele Leute schwärmen von ihren handgemachten Nudeln. Das ist ein gutes Zeichen. Das scheint der perfekte Ort für unser Rahmenessen zu sein. Ich mache eine Reservierung für uns. Wir wollen nicht zu lange auf einen Tisch warten. Klingt nach einem Plan. Ich kann es kaum erwarten, ihre Rahmen zu probieren. Ich auch. Das wird eine befriedigende Mahlzeit. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Lass uns ein paar leckere Rahmen mit handgemachten Nudeln genießen. Ich würde gerne abends mit dir einen Kaffee trinken gehen. Hoffentlich hast du Zeit dafür. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich nach einem langen Tag zu entspannen und aufzuholen. Ich stimme zu. Kaffee verjungt mich irgendwie. In der Nähe meines Büros gibt es ein gemütliches Kaffee, das exzellenten Kaffee serviert. Perfekt. Ich bin immer bereit, neue Kaffeelokale auszuprobieren. Die Atmosphäre dort ist sehr einladend. Es ist ein großartiger Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Das klingt reizend. Darauf freue ich mich schon. Wie wäre es, wenn wir uns morgen Abend dort treffen? Das funktioniert für mich. Auf welche Zeit sollten wir zielen? Sagen wir gegen 19 Uhr. Funktioniert das für dich? Klingt gut. Ich markiere es in meinem Kalender. Großartig. Ich kann es kaum erwarten, eine Tasse Kaffee und gute Gespräche zu genießen. Ich auch. Das wird ein netter Abschluss des Tages sein. Wir sehen uns dann morgen Abend. Bis dahin, pass auf dich auf. Du auch. Freue mich schon drauf. Lektion 34 Gut schlafen Ich habe in letzter Zeit Schlafstörungen. Irgendwelche Tipps? Das Erstellen einer Schlafroutine kann hilfreich sein. Versuche, jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzuwachen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Schlafzimmer bequem und schlaffördernd ist. Halten Sie es dunkel, ruhig und kühl. Vermeiden Sie elektronische Geräte vor dem Schlafzimmer vor dem Schlafengehen. Das blaue Licht kann Ihren Schlaf stören. Ich werde meine Bildschirmzeit vor dem Schlafengehen einschränken. Üben Sie Entspannungstechniken wie tiefes Atmen aus oder lesen Sie vor dem Schlafengehen ein Buch. Vermeiden Sie den Konsum von Koffein oder schweren Mahlzeiten kurz vor dem Schlafengehen. Ich werde auf meinen Koffeinkonsum achten und leichtere Abendessen zu mir nehmen. Und schließlich versuchen Sie, den Stress während des Tages zu bewältigen. Es kann sich auf Ihre Schlafqualität auswirken. Das ist ein gutes Argument. Ich werde Wege finden, um Stress abzubauen und vor dem Schlafengehen zu entspannen. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir dabei, den erholsamen Schlaf zu bekommen, den du brauchst. Danke für den Rat. Ich bin entschlossen, meine Schlafroutine zu verbessern. Du bist willkommen. Süße Träume und erholsame Nächte liegen vor uns. Ich weiß es zu schätzen. Gute Nacht, Anna. Gute Nacht, John. Schlaf gut. Lektion 35 Identifizierung der wichtigsten Wettbewerber Haben Sie wichtige Wettbewerber? Ja, in unserer Branche gibt es einige wichtige Akteure. Es ist wichtig, sich der Stärken und Schwächen unserer Konkurrenten bewusst zu sein. Einverstanden. Wenn wir Ihre Strategien verstehen, können wir Bereiche identifizieren, in denen wir uns von anderen abheben können. Wir sollten Ihren Marktanteil und Ihren Kundenstamm analysieren. Auf diese Weise können wir Strategien entwickeln, um Kunden zu gewinnen und zu binden. Die Wettbewerbsanalyse kann auch Einblicke in Branchentrends und sich abzeichnende Chancen geben. Lassen Sie uns eine gründliche Analyse durchführen und diese nutzen, um unsere eigenen Geschäftsstrategien zu verfeinern. Auf jeden Fall. Indem wir wettbewerbsfähig bleiben, können wir uns für langfristigen Erfolg positionieren. Lektion 36 Ein Budget festlegen Es ist auf jeden Fall wichtig, eine grobe Schätzung darüber zu haben, wie viel Geld Sie ausgeben möchten. Absolut. Die Festlegung eines Budgets hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und zu hohe Ausgaben zu vermeiden. Wenn Sie Ihre finanziellen Grenzen kennen, können Sie kluge Kaufentscheidungen treffen. Wenn Sie ein Budget haben, können Sie bestimmen, was Sie sich leisten können und wofür Sie sparen müssen. Auf diese Weise können Sie fundierte Entscheidungen treffen und unnötige Schulden vermeiden. Ein Budget gibt Ihnen außerdem Sicherheit und reduziert die finanzielle Belastung. Es ermöglicht Ihnen, gezielter mit Ihren Ausgaben umzugehen und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Und wenn unerwartete Ausgaben anfallen, sind Sie besser darauf vorbereitet, damit umzugehen. Absolut. Ein Budget gibt Ihnen ein Gefühl der Kontrolle und ermöglicht es Ihnen, finanzielle Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen. Denken Sie also daran, ein Budget festzulegen und sich daran zu halten. Es ist ein wertvolles Instrument für die Verwaltung Ihrer Finanzen. Lektion 37 Etwas fabelhaftes finden Großartig! Ich bin mir sicher, dass wir etwas Fabelhaftes finden werden. Ich freue mich auch. Lassen Sie uns verschiedene Optionen erkunden und den perfekten Artikel finden. Wir sollten unsere Präferenzen und Anforderungen berücksichtigen, um die richtige Wahl zu treffen. Wir wollen etwas, das nicht nur gut aussieht, sondern auch seinen Zweck effektiv erfüllt. Richtig! Wir sollten gründliche Nachforschungen anstellen und Bewertungen lesen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass das, was wir wählen, unseren Erwartungen entspricht. Einverstanden! Es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen, um etwas zu finden, das wir wirklich lieben werden. Und vergessen Sie nicht, auch unser Budget zu berücksichtigen. Wir wollen etwas Fabelhaftes, ohne das Budget zu sprengen. Absolut! Wir können großartige Optionen in unserer Preisklasse finden, wenn wir sorgfältig suchen. Also, lasst uns unsere Suche beginnen und den Prozess genießen, etwas Fabelhaftes zu finden. Lektion 38 Regelmäßige Fitnessroutine Gehst du regelmäßig ins Fitnessstudio? Ja, ich versuche jeden Morgen zu gehen. Das ist beeindruckend! Die Aufrechterhaltung eines regelmäßigen Fitnessprogramms wirkt sich sowohl auf die körperliche als auch auf die geistige Gesundheit aus. Absolut! Es hilft mir, fit zu bleiben und steigert mein Energieniveau den ganzen Tag über. Regelmäßige Bewegung verbessert auch die Herz-Kreislauf-Gesundheit und stärkt die Muskeln. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen und den Kopf frei zu bekommen. Ich stimme zu! Es ist wichtig, Bewegung zu einer Priorität zu machen und eine konsistente Routine zu etablieren. Eine Fitnessroutine hilft mir auch, motiviert und rechenschaftspfichtig zu bleiben. Das stimmt! Wenn Sie es sich zur Gewohnheit machen, wird es einfacher, Ihre Fitnessziele einzuhalten. Auf jeden Fall! Konsequenz ist der Schlüssel, wenn es darum geht, die Vorteile von Bewegung zu nutzen. Machen Sie also weiter mit Ihren regelmäßigen Besuchen im Fitnessstudio. Es ist inspirierend! Lektion 39 Die perfekte Tragetasche finden Großartig! Ich kann es kaum erwarten, die perfekte Tragetasche für dich zu finden. Danke! Ich freue mich auch! Es ist wichtig, eine Tasche zu finden, die sowohl stillvoll als auch funktionell ist. Absolut! Wir sollten Faktoren wie Größe, Fächer und Haltbarkeit berücksichtigen. Ja, und die Tasche sollte auch meinen persönlichen Stil ergänzen. Wir können verschiedene Geschäfte und Online-Optionen erkunden, um eine Vielzahl von Optionen zu finden. Auf diese Weise können wir verschiedene Designs vergleichen und das auswählen, das am besten zu mir passt. Vergessen Sie nicht, auch das Material und die Qualität der Tasche zu berücksichtigen. Richtig! Wir wollen etwas, das hält und dem täglichen Gebrauch standhält. Und natürlich sollten wir unser Budget berücksichtigen, wenn wir die endgültige Entscheidung treffen. Auf jeden Fall! Es geht darum, die perfekte Balance zwischen Stil, Funktionalität und Erschwinglichkeit zu finden. Beginnen wir also mit der Suche und finden wir die perfekte Tragetasche. Lektion 40 Ein ruhigeres Zimmer anfragen Unannehmlichkeit Hättest du gerne ein anderes Zimmer? Ja, bitte! Ein ruhigeres Zimmer wäre sehr willkommen. Ich werde mit dem Hotelpersonal sprechen und einen Zimmerwechsel für Sie beantragen. Danke! Eine friedliche Umgebung ist wichtig für einen erholsamen Schlaf. Es ist verständlich. Wir alle verdienen einen komfortablen und erholsamen Aufenthalt. Ich freue mich, dass du dich für mich um diese Angelegenheit kümmerst. Es ist mir ein Vergnügen. Ich möchte sicherstellen, dass Ihr Aufenthalt angenehm und angenehm ist. Ich schätze Ihre Unterstützung, um meine Unterkunft komfortabler zu gestalten. Gar kein Problem! Ich werde mein Bestes tun, um ein ruhigeres Zimmer für dich zu arrangieren. Nochmals vielen Dank! Ihre Hilfe wird sehr geschätzt. Du bist willkommen! Ich kümmere mich sofort darum! Du siehst unglücklich aus! Was ist passiert? Es ist mein Auto. Gestern hat mein Neffe versehentlich einen Kratzer darauf gemacht. Oh nein! Das ist bedauerlich! Hat er etwas Scharfes benutzt? Ja, er hatte ein kleines Spielzeug in der Hand und zerkratzte versehentlich das Auto. Kinder können manchmal unberechenbar sein. Ist der Kratzer tief? Zum Glück ist es nicht zu tief. Aber es ist immer noch auffällig. Haben Sie darüber nachgedacht, es in eine Werkstatt zu bringen? Ja, ich habe vor, es morgen in den Laden zu bringen und einen Kostenvoranschlag einzuholen. Das ist eine gute Idee. Sie können den Schaden beurteilen und Ihnen eine Vorstellung von den Reparaturkosten geben. Ich hoffe, es wird nicht zu teuer. Ich war auf diese unerwarteten Kosten nicht vorbereitet. Autoreparaturen können teuer sein, aber hoffentlich wird es nicht zu viel sein. Ich drücke die Daumen. Ich werde es morgen herausfinden. Ich wünsche dir viel Glück. Hoffentlich kann es leicht beroben werden. Danke, John. Ich weiß deine Unterstützung zu schätzen. Lektion 42. Recherche zur Finanzierung von Start-ups und zum Budgetplan. Ja, ich suche derzeit nach Finanzierungsmöglichkeiten für Start-ups und erstelle einen Budgetplan. Das klingt aufregend. Was für ein Start-up planen Sie? Ich arbeite an einem Tech-Start-up in der E-Commerce-Branche. Das ist ein Wettbewerbsfeld. Haben Sie verschiedene Finanzierungsquellen in Betracht gezogen? Ja, ich suche nach Optionen wie Risikokapital, Angelinvestoren und Crowdfunding. Es ist wichtig, die richtige Lösung für Ihr Unternehmen zu finden. Haben Sie ein Budget erstellt? Ja, ich habe damit begonnen, die Ausgaben und die voraussichtlichen Einnahmen zu skizzieren. Das ist ein entscheidender Schritt. Das wird Ihnen helfen, finanziell auf Kurs zu bleiben. Ich möchte sicherstellen, dass ich über genügend Mittel verfüge, um die anfänglichen Kosten zu decken und das Geschäft am Laufen zu halten. Kluge Planung ist der Schlüssel zum Erfolg. Suchen Sie auch professionellen Rat? Absolut. Ich habe mich mit Experten auf diesem Gebiet beraten, um Rat zu erhalten. Das ist klug. Ihre Erfahrung kann wertvolle Erkenntnisse liefern. Ich glaube an eine gründliche Vorbereitung. Das erhöht die Erfolgschancen. Ich bewundere Ihr Engagement und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Start-up-Reise. Lektion 43 Die Bedeutung von frischem Obst und Gemüse Dass wir auch frisches Obst und Gemüse brauchen. Unbedingt. Sie sind unverzichtbar für eine gesunde Ernährung. Sie liefern lebenswichtige Nährstoffe und Vitamine für unseren Körper. In der Tat sind Sie reich an Antioxidantien und stärken unser Immunsystem. Es ist wichtig, eine Vielzahl von Obst und Gemüse in unsere Mahlzeiten aufzunehmen. Es wird empfohlen, täglich mindestens fünf Portionen zu sich zu nehmen. Sie verleihen unseren Gerichten Farbe, Geschmack und Textur. Außerdem können Sie in verschiedenen Formen genossen werden, zum Beispiel in Salaten, Smoothies oder Pfannengerichten. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse fördert das allgemeine Wohlbefinden. Sie tragen auch zur Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts und zur Verringerung des Risikos chronischer Krankheiten bei. Es ist wichtig, Ihren Konsum zu priorisieren und sie zu einem Teil unserer täglichen Routine zu machen. Absolut. Stellen wir sicher, dass wir sie in unserer Einkaufsliste aufnehmen. Lektion 44 Umwerfende Möglichkeiten Ich habe gehört, dass es überwältigend ist, über die Möglichkeiten nachzudenken, die es gibt. In der Tat ist die Welt voller endloser Möglichkeiten. Da die Technologie rasant voranschreitet, ergeben sich täglich neue Möglichkeiten. Es ist unglaublich, wie Innovation unser Leben prägt und neue Türen öffnet. Von künstlicher Intelligenz bis hin zur Weltraumforschung gibt es so viele spannende Bereiche, die es zu erforschen gilt. Das Potenzial für Wachstum und Entdeckung ist wirklich erstaunlich. Es erinnert uns daran, dass wir immer aufgeschlossen bleiben und Veränderungen begrüßen sollten. In der heutigen schnelllebigen Welt ist es absolut entscheidend, anpassungsfähig zu sein. Wir sollten niemals aufhören zu lernen und neue Möglichkeiten zu erkunden. Die Zukunft birgt unendliches Potenzial. Lassen Sie uns sie mit Begeisterung annehmen. Lektion 45 Ein Rezept teilen Das klingt großartig. Kannst du das Rezept mit mir teilen? Ich probiere gerne neue Rezepte aus, besonders solche mit einer persönlichen Note. Es ist ein einfaches und köstliches Gericht, das Sie im Handumdrehen zubereiten können. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Was sind die Hauptzutaten? Du brauchst frisches Gemüse, Kräuter und ein paar Gewürze. Das klingt gesund und würzig. Wie bereite ich das Gemüse zu? Du musst sie in mundgerechte Stücke schneiden und leicht anbraten. Und was ist mit den Kräutern und Gewürzen? Wann füge ich sie hinzu? Fügen Sie sie gegen Ende des Garvorgangs hinzu, um die Aromen zu verbessern. Klingt nach einem einfachen Rezept. Ich kann es kaum erwarten zu probieren. Lektion 46 Ziele und unser Umfeld Das Setzen von Zielen ist wichtig für das persönliche Wachstum. Ich stimme zu. Ziele geben uns Richtung und Zweck. Sie helfen uns, konzentriert und motiviert zu bleiben. Absolut. Ohne Ziele fühlen wir uns vielleicht verloren oder ziellos. Deshalb ist es wichtig, sich sowohl kurzfristige als auch langfristige Ziele zu setzen. Kurzfristige Ziele helfen uns dabei, kleine Siege zu erringen. Und langfristige Ziele geben uns etwas, nach dem wir in Zukunft streben können. Richtig. Es ist wichtig, uns selbst herauszufordern und unsere Komfortzonen zu überschreiten. Ziele helfen uns auch dabei, unsere Fortschritte zu messen und Erfolge zu feiern. Außerdem kann es einen großen Unterschied machen, uns mit unterstützenden Menschen zu umgeben. Stimmt. Ein starkes Unterstützungssystem kann Ermutigung und Rechenschaftspflicht bieten. Sie können uns beraten und uns helfen, auf Kurs zu bleiben. Stellen wir also sicher, dass wir uns mit positiven Einflüssen umgeben. Einverstanden. Wählen wir Freunde und Mentoren, die uns inspirieren und motivieren. Zusammen mit klaren Zielen und einem unterstützenden Netzwerk können wir alles erreichen. Lektion 47, Erkunden anderer Optionen. Ich denke, wir sollten dieses Wochenende das Kunstmuseum besuchen. Klingt nach einem Plan. Ich habe gehört, dass Sie eine tolle Sammlung haben. Ja, es soll ziemlich beeindruckend sein. Wir könnten den ganzen Tag damit verbringen, die Ausstellungen zu erkunden. Das ist eine gute Idee. Wir können in Kunst und Kultur eintauchen. Ich freue mich darauf. Es wird eine nette Abwechslung sein. Auf jeden Fall. Und danach können wir in dem neuen Café in der Nähe zum Mittagessen. Klingt perfekt. Ich habe gehört, dass es dort köstliches Essen gibt. Wenn das Museum überfüllt ist, können wir auch in anderen Galerien oder Geschäften nach weiteren Optionen suchen. Das ist ein guter Backup-Plan. Das wird eine unterhaltsame und bereichernde Erfahrung sein. Wir werden das Beste aus unserem Tag machen. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam neue Dinge zu erkunden und zu entdecken. Ich habe eine Leseliste mit klassischen Romanen zusammengestellt. Großartig! Lass mich wissen, was du denkst, wenn du sie gelesen hast. Ich habe gerade »Pride and Priudis« von Jean Austen beendet. Oh, das ist einer meiner Favoriten. Was hast du davon gehalten? Es hat mir Spaß gemacht. Die Charaktere waren gut entwickelt und die Geschichte hatte viel Tiefe. Es freut mich, dass es dir gefallen hat. Austens Schreibstil ist fesselnd. Ich lese gerade »To Kill a Mockingbird« von Harper Lee. Das ist ein weiteres fantastisches Buch. Es befasst sich mit wichtigen sozialen Themen. Ich bin erst in ein paar Kapiteln, aber es ist schon spannend. Ich freue mich auf deine Gedanken, wenn du damit fertig bist. Ich werde meine Meinung auf jeden Fall mit Ihnen teilen. Tun Sie das bitte. Ich liebe es, über Bücher zu diskutieren und Ideen auszutauschen. Es ist toll, jemanden zu haben, mit dem man Leseerlebnisse teilen kann. Absolut. Wir können unsere Perspektiven durch Literatur erweitern. Lektion 49 Wie wichtig es ist, einen Schritt nach dem anderen zu tun. Das Erlernen neuer Fähigkeiten kann manchmal überwältigend sein. Ja, es kann sich wie eine entmutigende Aufgabe anfühlen. Aber denken Sie daran, kleine Schritte führen zu großen Erfolgen. Das stimmt. Es hilft, Dinge in überschaubare Teile zu zerlegen. Anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu meistern, konzentrieren Sie sich auf eine Sache nach der anderen. Gehen Sie Schritt für Schritt vor und bauen Sie ein solides Fundament auf. Feiern Sie jeden Meilenstein auf dem Weg. Das hält die Motivation hoch. Der Fortschritt mag schrittweise erfolgen, aber es ist wichtig, hartnäckig zu bleiben. Konsequenz und Ausdauer sind der Schlüssel, um etwas zu lernen. Absolut. Mit Hingabe und Geduld können wir unsere Ziele erreichen. Und denken Sie daran, es ist in Ordnung, bei Bedarf um Hilfe zu bitten. Lassen Sie uns also die Reise in Angriff nehmen und den Lernprozess genießen. Lektion 50 Ein aufregender Urlaub, auf den Sie sich freuen können. Ich habe einen tollen Urlaub geplant. Das klingt wunderbar. Wo überlegst du, hinzugehen? Ich kann es kaum erwarten, die schönen Strände von Hawaii zu besuchen. Oh, das klingt wie ein Traum. Die Landschaft muss atemberaubend sein. Ich habe gehört, dass die Strände dort mackellos sind und das Wasser kristallklar ist. Es wird eine großartige Gelegenheit sein, sich zu entspannen und abzuschalten. Ich freue mich darauf, Wasseraktivitäten wie Schnorcheln und Surfen auszuprobieren. Das klingt nach so viel Spaß. Ich bin sicher, du wirst eine fantastische Zeit haben. Ich habe auch in einem schönen Resort reserviert. Das ist perfekt. Sie werden einen komfortablen und angenehmen Aufenthalt haben. Ich habe auch nach lokalen Sehenswürdigkeiten und Restaurants gesucht. Das ist eine gute Idee. Die Erkundung der Kultur und Küche wird Ihre Reise noch unvergesslicher machen. Ich kann es kaum erwarten, in das hawaiianische Erlebnis einzutauchen. Es wird ein unglaubliches Abenteuer. Genieße jeden Moment davon. Danke. Ich werde auf jeden Fall Geschichten und Bilder teilen, wenn ich zurückkomme. Ich kann es kaum erwarten, alles darüber zu hören. Hab eine sichere und wundervolle Reise. Ich werde auf jeden Fall opportunities verbunden, 1.5 Jahre, 1.7 Sekunde hofft.